Musa Bay, hier geht es rund. Wir fahren durch den Derik-Höi, also genau genau durch unsere Straße, aber hier fliegt die Kuh. Wir fahren extra für dich, machen wir eine Safari-Tour durch Derik-Höi-Flüsse. Frau Heni, bleib mal hier, wir fahren durch den Erkan-Fluss. Da haben wir doch das richtige Auto für Derik-Höi gekauft. Unser Smart-Ware hier ist offen. Hämma. Ich bin ein Fies. Es regnet und regnet. Und jetzt geht es um den Derik-Höi. Und hier ist der... Oh, David, du musst da wirklich durchfahren. Bist du sicher? David, nicht, dass wir da landen. Da habe ich keinen Bock drauf. Die Strom schnell in den Derik-Höi. David, ohne Scheiß. Ich finde es nicht lustig. Mach ich jetzt mit ihm gehen. Nee, nee, fahr mal zurück. David! Nicht, dass wir da runterrutschen mit Kindern und äh... Ach, Quatsch. Mach keinen Scheiß jetzt. Das läuft jetzt ins Auto. Fahr zurück. David! David! Fahr zurück! David, nimm es auf, wenigstens haben wir es auf YouTube, wenn wir abstürzen. Nein! Oh Gott! Wir... Wirk haben jetzt... Wirk haben jetzt ein paar Dinge, aber wir müssen uns nur auf der Seite kommen. Wirkstern... 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 Wirkstern...